Wie kann ich meine eigene Stressresistenz erhöhen? Wie kann ich mich denn widerstandsfähiger machen, resistenter machen gegen all den Stress und den Druck? Eine der besten Strategien ist eine ausgeglichene Energiebilanz. Was meine ich mit diesem Gedanken? Mit Energiebilanz meine ich folgende Tatsache. Es gibt Dinge in unserem Leben, die ziehen uns Energie. Und ich meine jetzt nicht, dass die irgendwie Kalorien verbrennen, dass die biologische Energie fressen. Ich meine eher so das Metaphorische, die mentale Energie, die psychische Energie. Das sind Dinge, die ziehen unseren Akku leer, die kosten uns Kräfte, die machen uns Sorgen, die kosten Nerven, da lassen wir Federn. So reden wir darüber. Die Schlauchen, die sind anstrengend. Und auf der anderen Seite haben wir Dinge, die uns die Energie zurückgeben. Das sind Sachen, die unseren Akku wieder aufladen, das sind Sachen, die uns Kraft zurückgeben. Da können wir auftanken, da können wir ganz wir sein, das ist unsere Zeit, das ist mein Ausgleich, meine Erholung. So reden wir darüber. Und eine ausgeglichene Energiebilanz bedeutet, dass ich ungefähr gleich viel Energie verliere, wie ich zurückgewinne. Und dadurch einen ausgeglichenen Energiehaushalt habe. Und das ist eine der besten Voraussetzungen, um in Zukunft resistent gegen Stress zu sein. Ich habe eine ausgeglichene Energiebilanz, das heißt, ich kann viel abpuffern. Ich gehe mit einer ausgeglichenen Energiebilanz in eine Situation und deswegen halte ich in dieser Situation mehr Stress aus. Wie die eigene Energiebilanz aussieht, ist sehr individuell, von Person zu Person verschieden. Manche Menschen, die verlieren eher Energie, die haben mehr Sachen auf der negativen Seite stehen als auf der positiven. Dann gibt es wieder andere, die haben eine ausgeglichene Energiebilanz, die kriegen also ungefähr so viel Strom rein, wie sie auch verbrauchen. Und wiederum andere sagen, nee, sie gewinnen eigentlich jeden Tag Energie. Es gibt viel mehr Dinge, die ihren Akku aufladen, als Sachen, die am Akku zehren, die Strom fressen. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wie sieht deine Energiebilanz aus? Was sind eigentlich die Sachen, die dir gut tun? Was steht auf der Plusseite? Das können Menschen sein, das können aber auch konkrete Tätigkeiten sein, das können aber auch Orte sein, an denen du gerne bist. Alles, was du dir vorstellen kannst. Auf der Minusseite genau dasselbe. Was kostet dich denn Nerven? Was kostet dich Kraft? Was zieht dein Akku leer? Gibt es vielleicht Menschen, die immer wieder auf der negativen Seite auftauchen? Gibt es vielleicht auch Tätigkeiten? Oder sogar Orte? Gibt es Orte, an denen du dich einfach nicht wohlfühlst, die dich Kraft kosten? Und was kommt am Ende raus? Unterm Strich, verlierst du Energie? Gewinnst du Energie? Oder hält es sich in etwa die Waage? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn du systematisch Energie verlieren solltest, dann geht das zu Lasten deiner Stressresistenz. Dann gehst du quasi mit einem überstrapazierten Akku in eine Stresssituation. Dann hast du nicht mehr viel Puffer. Dann wirst du nicht mehr viel aushalten. Dann ist deine Widerstandsfähigkeit gegen das, was jetzt in dieser Situation passiert, sehr gering. Wenn du allerdings mit einem vollgeladenen Akku, den du immer sehr gut gepflegt hast, in eine Situation gehst, das sind die besten Voraussetzungen und das ist die beste Widerstandskraft gegen Stress, die du mitbringen kannst. Dann kannst du noch viel aushalten. Dann kannst du vor, wenn du das nicht mehr steigernst. Vielen Dank.